Wenn du heute den köstlichen Filterkaffee trinkst, fühlst du dich schlecht. Wenn du dich schlecht fühlst, bringt dich deine lustige Lieblingstasse auch nicht zum Lachen. Wenn du heute mit deinem Hund Bernie auf die Straße gehst, wird dir bewusst, dass du nicht für die freie Liebe auf die Straße gehst. Wenn dir das bewusst wird, versetzt es dir einen Stich ins Herz. Wenn du heute einen liebevollen mintgrün lackierten Wagen siehst, macht dich das traurig. Wenn du traurig bist, umkreist dich ein Gedanke. Ich will sofort auf den Christopher Street Day. Und wenn das letzte, was du heute hören willst, ist... Fahrkarten bitte. Hör schon wieder.